Okay, ich hoffe, ich schaffe das mit den Münzen holen. Wenn wir es schaffen, alle acht roten Münzen zu holen, dann... ...hab ich auf jeden Fall schon mal genug. Plus, wie soll ich das machen? Okay, am besten nicht, lass mich mal hier runterfallen. Irgendwie. Irgendwo. Ah! Na, komm schon! Ah! 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 Okay, nach zwei rote Münzen. Obwohl, die Bomben haben bestimmt auch noch eine Münze für mich. Mann, ja, okay. Autsch! Nein, bleib hier! Bleib hier! Wo ist die? Oh nein! Jetzt muss ich doch noch zwei Münzen sammeln. Wie soll ich das machen? Okay, die eine, da kriege ich ja noch. Ah! 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 Oh! Mein Herz! Oh, Mann. Ja, und jetzt, ne? Ja, rutsch hier noch runter. Ey, du bist so ein... Ja! Oh, fies, ey! Wie soll ich das nur tun? Ach! Ach! Oh nein! Jetzt reicht's. Ich lass mich nochmal oben runterfallen. Nochmal rauf, da. Ey, nicht zu fassen. So eine schwierige Geburt. Gibt's doch gar nicht. Ah! Renn, Mario! Renn nach oben. Na, dreh dich. Woohoo! So. Wow! What? Oh! Oh! Oh, ich hol's. Kopf. Habt ihr noch ne Münze da? Münze! What? Nix. Gibt's doch gar nicht, ey. Was soll ich nur machen, Mann? Ich kann darüber langsam nicht mehr lachen. Das geht mir auf den Sack. Ganz ehrlich. Ich find das so gemein. So, lass ich mich hier runterfallen. Dann krieg ich da den Stern. Und dann muss ich mich nochmal runterfallen lassen, um... Yeah! So! Das muss ich nochmal hoch, um durch den Stern zu fallen. Nicht zu fassen, oder? Aber Hauptsache, wir haben ihn denn. Das ist schon mal gut. Dann kann ich ihn auch ruhig noch wieder abkratzen. Ist ja egal. Hauptsache, ich hab den Stern. Oh, Mann, ey. Es tut mir leid. Aber so ist das nun mal. Wenn man alt wird. Okay. So, und komm zu Papa. Ja! 100 Münzen! Oh, da endlich. So, jetzt nehmen wir nicht ganz nach oben. Jetzt holen wir uns den komischen anderen Stern da, der so billig aussah. Wo ich einfach bloß da reinjumpen musste. Und dann können wir die Welt wenigstens ja... Da muss ich nur noch einen Stern holen und der ist ganz einfach... Da renn ich einfach hoch und... Oh, da hab ich's endlich geschafft, ey. Mann, das wird cool! Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich hier gescheitert bin, diese Münzen zu sammeln. Das wollt ihr gar nicht wissen. So. Immer schön rauf hier. Hä, 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 hä. Trapen! So, wo war denn der Stern hier? Oh, ist ja diese Scheißdinge hier hoch. Okay, das ist eines der wenigeren Probleme. Wo war denn das? Das war doch hier, oder? Ja, hier. Ihr müsst einfach bloß hier hoch und dann ist hier ein Stern. Voll billig. Voll billig, Mann. Wie geil ist dat denn? Alles klar. Und? Yeah! Puh. Das war knapp. Wir haben 111 Sterne. So. Gespeichert. Alles ist gut. Und auf zum letzten Stern in dieser Urwelt. Stampfe mächtig auf. Äh, okay. Und die Zeit lutscht wieder schneller, oder? Oh, ja. Egal. Hoffentlich sind wir umso schneller da oben. Oh, oh. Puh, ey. So. Ganz ruhig bleiben, Mario. Wir schaffen das. Wir sind alle bei dir. Ah. Mann, die blöden Zahnräder oder Zahnplatten oder keine Ahnung, was das hier sein soll. Egal. Wuhu. Auf jeden Fall habe ich die Welt bald hinter mir. Wow. Oh, und der Mike erst mal wieder zehn Kreuze. Äh. Kamera? Schon besser. Ha. So jetzt wieder auf diesen komischen Scheiß hier rauf. Puh. Hoppala. Wow. Alter, durch die Gittermusik jetzt hier durchgucken, ey. Wow. Wow. Oh. Mensch, Leute. Ich habe hier Angst. Dum, 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 dum. Das schaffen wir aber noch. Diese blöde Welt ist doch... ...vorscheiße. Ah. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Ey, Mike. Also. Oh. Oh nein. Was soll das denn jetzt? Hopp. Oh. Was soll ich denn da gerade machen? Okay, Moment. Und jetzt. Uh. Uh. Nein. Warum hat der es nicht geschafft? Oh. 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 Hilfe. Oh, Alter. Nein. Ah. Oh. Jetzt muss ich nochmal da hochlatschen. Mann. Ich wollte das doch in der Zeit hier noch schaffen, Mensch. Nicht zu fassen. Renn jetzt, Mario. Renn doch mal. Schneller, 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 schneller. Viel schneller. Alter, dafür, dass ich so tief gefallen bin, habe ich relativ wenig Schaden. Also, ich will sagen, gar keinen Schaden bekommen. Hopp. Das ist echt nicht mehr witzig. Warum ich, wow? Ach man, scheiße. Ich muss was schaffen. Was macht der denn für Scheiße? Auf eine komische Weise. Ja. Ha. Ganz schnell, ohne zu zögern. Ruf, ihr Jams. So, jetzt hier. Oh nein. Was ist das denn? Das war cool. So, hier muss ich jetzt auf den eulen Zeiger warten, der auch schon kommt. Oh, hier oben wären ja Unleihmünzen gewesen. Och, Menno. Scheiße. Okay. Ich hab's vergeigt. Ich hätte ruhig ein bisschen Zeit einsparen können, aber jetzt ist es zu spät. So, stampfe mit dich auf. Ja, wie soll ich denn hier aufstampfen bei dem fetten Typen? Oh. Oh. Och, Menno. Jetzt reicht's aber. Ich muss den Patsch wieder bald beenden. Ah, da ist der Zeiger. Komm her, Zeiger. Ja, oh, puh. So. Huhu. Und yeah. Here we go. Gerade noch rechtzeitig. So. Das war's. Ich bin fertig mit der Welt. Part ist auch zu Ende. Ich hoffe, es hat euch wenigstens gefallen und war nicht ganz so langwierig und langweilig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der Gumba-Welt wieder. Ciao. Oh, Mann.